Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal mit einem kleinen Quickie und zwar ein Trade im Euro-US-Dollar. Und diesen Trade habe ich in Discord angekündigt. Das heißt, jeder hätte ihn genauso mitmachen können, hätte er mittraden können. Und das 100 Euro Risiko wäre so in nur zwei Tagen 2700 Euro geworden. Also eine richtig krasse Rendite. Wen es interessiert, wieso, weshalb, warum und warum das jeder machen kann, muss einfach dran bleiben. Zunächst aber wie immer der Risikohinweis. Alles, was ich hier wieder aufzeige und kunde, ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Es ist keine Anlageberatung, Investmentempfehlung. Und ich übernehme natürlich keine Haftung und kein Risiko. Zunächst möchte ich an der Stelle aber nochmal erwähnen. Ich bin nämlich darauf hingewiesen worden, dass scheinbar meine Trades zu kurzfristig mittlerweile geworden sind. Beziehungsweise man sich wieder eher längerfristige, mittelfristige Trades wünscht. Ich habe dann erklärt, dass das so gar nicht stimmt. Erstens mal veröffentliche ich nach wie vor Videos auch zum Thema Kot. Das heißt, das sind Trades, die man auf Tage, Wochen oder gar Monate plant. Aktuell ja zum Beispiel Silber oder Kaffee. Da habe ich ja erst das letzte Video dazu veröffentlicht. Außerdem, wenn ich denn Trades in Discord einstelle, handle ich die ja in Richtung von einem größeren Trend aus. Und ich weise deswegen auch bei ganz vielen Trades darauf hin, so auch bei dem Euro-US-Dollar-Trade, dass es noch nicht zu Ende ist, wenn ich da einsteige. Das heißt, selbst wenn ich da Teilgewinne realisiere oder sogar alles mitnehme, bedeutet es nicht, dass man den Trade nicht längerfristig erhalten kann, sondern es sind einfach meine Gewinne, die ich da absichere oder mitnehme und suche mir dann neue Einstiege wieder in die Trendrichtung. Ich habe dann auch ein paar Beispiele dazu in Discord auch geschrieben, dass im Prinzip fast jeder meiner Trades, die ich in letzter Zeit eingestellt habe, immer längerfristige Trades waren. Nur ich handel halt die sehr kurzfristig, weil ich die Schwankungen rausnehmen will und lieber neue Einstiege suche. Zum Beispiel Silber habe ich aufgezeigt, das war ja praktisch perfekt am Top getroffen und den kann man immer noch halten. Aber warum soll man immer wieder die ganzen Gewinne abgeben, wenn man doch neu einsteigen kann? Oder auch britisches Pfund, wo ich sogar mit jemandem darüber diskutiert habe. Ich glaube, Herbie war es, wo ich mit ihm darüber diskutiert habe, warum, dass ich da jetzt meine Gewinne erstmal mitnehme. Aber ich habe dazu explizit gesagt, dass der Trade natürlich viel länger gehalten werden kann und so jetzt eben auch beim Euro-S-Dollar und den möchte ich jetzt eben aufzeigen. Ich habe hier eben in Discord das gepostet, habe gesagt, ich bin ja eingestiegen. Ich habe das natürlich vorher schon gepostet, also meinen richtigen Einstieg habe ich gepostet. Hier ist der Trade dann schon ein bisschen gelaufen und war bereits an der Stelle 1 zu 3 bereits im Gewinn ungefähr, circa. Zwischenzeitlich ist dann sogar die Rendite oder der mögliche potenzielle Gewinn bereits auf 1 zu 5 angewachsen und da habe ich dann natürlich die Hälfte schon vom Tisch genommen. Warum? Ich habe mein Geld, mein Risiko schon verfünffacht. Warum soll ich denn darauf spekulieren, dass der Trade sich wirklich für 27-facht oder vielleicht sogar noch mehr verfacht? Und deswegen nehme ich halt einmal die Hälfte mit und in der Regel mache ich es dann so, ich ziehe dann einfach einen Stopp nach, nehme das Risiko somit raus und danach kann es mir egal sein, was passiert. Ich habe dazu natürlich dann immer wieder weitere Hinweise gepostet. Ich habe dann auch schön aufgezeigt, wie ich das mache und auch nochmal erklärt, dass das wirklich jeder kann. Also das ist keine Zauberei oder irgendein Hexenwerk oder was weiß ich was. Das kann wirklich jeder machen und jeder auch erlernen. Ich habe dann eben sogar noch einen Hinweis dazu abgegeben. Das ist so eine Art Vorläufer von mir oder so ein Gleichläufer, den ich gerne nutze im Euro-S-Dollar. Da hat man ganz klar gesehen und das ist nämlich die orange Linie. Und die orange Linie hat gezeigt, dass wir ein neues tief gemacht haben. In dem Fall ist das gut, weil der Euro hat zu dem Zeitpunkt nämlich noch kein neues hoch gemacht gehabt. Aber ich habe das extra hier mal mit einer schwarzen Linie im Eingezeichner bei der orangen. Und das war für mich ein Hinweis, dass der Euro auf jeden Fall ausbrechen wird eben zum weiteren neuen Hoch. Und so ist es dann auch im Laufe des Tages noch gekommen. Ging dann noch deutlich höher. Das heißt, man hätte da noch mehr Gewinne mitnehmen können. Ich habe übrigens vorne noch einen anderen Trade gehabt. Da wurde ich dann leider break-even ein bisschen im Gewinn ausgestoppt. Der ist so gesehen schiefgegangen mit Anführungszeichen. Hätte man natürlich auch schnell mal knapp 1 zu 1,5 ungefähr mitnehmen können. Wollte ich aber nicht. Ich habe natürlich gehofft und erahnt, dass es natürlich hier noch deutlich weitergehen wird. Und deswegen war mir das einfach zu wenig. Ist einfach dumm gelaufen, dass ich hier ausgestoppt worden bin. Der zweite Versuch, den hat man eben dann gesehen, der ist dann eben deutlich besser gelaufen. Wie gesagt, bei 1 zu 5 Gewinnmitnahmen. Und den Rest dann stehen gelassen. Und was hätte jetzt daraus werden können, wenn man den Trade da initial bei mir mit eingegangen wäre und hätte ihn einfach liegen lassen, ohne Gewinnmitnahmen, ohne Stopp nachziehen, ohne irgendwas. Dann wäre nämlich folgendes daraus geworden. Da hinten sieht man meinen Einstieg, wo der war, wo der Stopp auch gelegen ist. Und zwischenzeitlich oder jetzt in der Spitze hätte man knapp 27-fache rausgeholt von dem, was wir an Risiko eingesetzt hätten. Und solche Trades gibt es ja bei mir immer wieder. Warum? Weil ich solche Trades suche, solche Trades liebe. Und die kann man auch ganz gut erkennen. Das Tolle ist, man hätte im Prinzip noch eine zweite Chance bekommen. Nämlich, ja, in der Früh, am Freitag in der Früh hat man nochmal eine Chance bekommen zum Einsteigen. Man hätte dann nochmal in mein Einstiegsfenster praktisch reingehen können, einen Stopp genauso platzieren und hätte genauso dann den Gewinn sogar in einem Tag gehabt. Ich bin davon ausgegangen, dass es hier eine größere Bewegung geben wird. Und so ist es auch gekommen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass die Bewegung noch nicht mal zu Ende ist. Aber natürlich sollte man bei einer Vers 27-fachung vom Risiko Gewinne vom Tisch nehmen, mitnehmen, einsacken. Ich hoffe, der ein oder andere hat den Trade mitnehmen können. Bei mir gibt es immer wieder solche Trade-Hinweise bei Discord. Wen das interessiert, einfach in der kostenlosen Discord-Gruppe vorbeischauen. Würde mich freuen über jeden neuen, der dazukommt. Und nächstes Mal einfach vielleicht, ja, die Trades auch genau verfolgen. Und wenn das einem entspricht und einem hilft, dann kann man vielleicht auch mit einfach einsteigen. Übrigens noch ein Hinweis. Die letzten zwei Wochen habe ich wieder relativ viele Trades veröffentlicht. Ich habe dann immer wieder so Phasen, wo ich mehr mache, ein bisschen weniger mache. Kostet ja nichts, ist kostenlos. Deswegen nehme ich mir auch das Recht raus, nur Trades zu veröffentlichen, wenn ich gerade Lust habe und Zeit habe dafür. Und wenn ich mir auch relativ sicher bin. Und bei dem war ich mir eben relativ sicher. Und so kommt es auch, dass ich in den letzten zwei Wochen nicht einen einzigen Field Trade dabei hatte. Und alle waren ordentliche Renditebringer. Das heißt, ich glaube, der kleinste war 1 zu 5 oder so oder 1 zu 3. Die größten eben 1 zu 7 und jetzt der mit 1 zu 27. Ich bedanke mich wieder fürs Zugucken, fürs Zuhören und würde mich freuen über jeden, der noch dazukommt. Und vor allem jeder, der auch selbst Trading-Ideen veröffentlicht, dass man darüber diskutieren kann. Oder eben mal einen Hinweis eben gibt, weil ich kann auch nicht alle Märkte verfolgen. Ich habe auch immer nur ein paar auf dem Schirm. Und es gibt so, so unglaublich unendlich viele gute weitere Gelegenheiten an der Börse, die ich gar nicht sehe, die ich gar nicht erkenne. Aber vielleicht erkennt sie wer anders. Und gerade das macht eine starke Community aus, dass man sich eben gegenseitig unterstützt und eben mögliche interessante Setups aufzeigt. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören, fürs Zugucken und bis zum nächsten Video.